Wir fordern ja, dass die Räumung und die Rodung des Hambacher Waldes so lange ausgesetzt wird, bis eine Einigung in der Kohlekommission zum Ausstieg aus der Verbrennung von Kohle und einem sozial gerechten Einstieg in neue Technologien beschlossen ist. Der Vorschlag von Herrn Pofalla bezüglich 2035, 2038 ist aus unserer Sicht viel zu spät, um die Pariser Klimaschutzziele umzusetzen hier in Deutschland. Was wir fordern ist, dass das letzte Kraftwerk in Deutschland 2030 vom Netz geht. Also im Wesentlichen haben wir ja heute wieder die Maßnahmen aufgenommen, die wir eigentlich schon am letzten Donnerstag begonnen haben. Das ist Tag vier jetzt der Räumung der Baumhäuser. Gestern gab es noch einen Rettungseinsatz hier von der Feuerwehr. Da hatten sich zwei Personen im Schacht aufgehalten. Dieser Rettungseinsatz ist beendet. Das heißt, wir sind jetzt wieder zur polizeilichen Maßnahmen übergangen und das heißt die Räumung der Baumhäuser. Die Vorbereitungen sind jetzt abgeschlossen, bis das schwere Gerät hier reinkommt und jetzt gerade sind die Höheninterventionsteams dabei, sich an die nächsten Baumhäuser ranzubegeben. Das ist ein Rettungseinsatz. Das ist ein Rettungseinsatz. Hier wurde noch ein Rettungsgerät betиля. Das ist ein Rettungseinsatz. Untertitelung des ZDF, 2020